Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64 2 Maker. Wir sind da gerade am schwersten Level, das das Spiel zu bieten hat. Ok, nein, eigentlich nicht, aber an einem Level, wo zumindest ich ziemlich gerade geschlossen habe. Und ich weiss natürlich, ihr in den Kommentarschreiber alle, weil der schon längstens geschafft hat und ich bin ein Noob, aber interessiert mich nicht. Ich bin sowieso der Einzige da, der das überhaupt hat, weil sonst müsst ihr euch keine Videos dazu anschauen, ihr würdet es selber spielen. Ich verstehe aber, dass man nachher Sicken muss. Zumindest beim zweiten. Uiuiui, das war jetzt aber knapp. Also, weiter geht's. Obwohl ich das mal alles bekommen habe, scheitert es wieder. Ein kleiner Puzzleteil. Puzzleteil. Ein Teil, einfach ein Puzzle. Leck du mir. Ich verstehe mich selbst, wenn das Mood zu hat. Dead. Also komm. Wenn wir den Start geschafft haben, dann ist der Rest nur noch halb so schwer. Ich würde mich wirklich weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass zumindest von den Fehler... von der Gefahr, dass man Fehler macht her. Das ist der Anfang am schlimmsten. Klar, ich bin durch die hinteren Teile noch nie durchgekommen. Ich bin dort auch noch nie so oft angekommen. Als Prozent angeht. Also, wieviel versucht das richtig sind es da und wieviel falsch sind da natürlich schon mehr gelungen als denen. Also, insgesamt sind mehr gelungen, aber insgesamt sind auch mehr gescheitert gleichzeitig. Also, jetzt. Uiuiuiui. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Okay. Ich sehe ihn. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Was? Wie? Achso. Oder auch nicht? Ich sehe ja nicht hier runter, was dort unten los ist. Achso, da hat es auch blauer geworden. Vielleicht wo mal Okay, jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt eben genau das, was ich nicht kann. Das, was ich will, habe ich auch nicht gebracht. Und zwar den Teil hier oben schaffen. Darum beende ich jetzt mit sehr gutem Gewissen das Video. Es ist ein guter Level, aber nicht für mich. Tschüss. Und einen Moment, vielleicht sieht man irgendwo die ID oder so etwas, wo ich noch einblenden kann. Vielleicht sieht man irgendwo die ID. Falls man sie vorhin gesehen hat, tut mir leid. Aber falls man sie jetzt sieht, dann lad es bitte. Okay, übrigens, etwas, was nervig ist. Solange der da ladet, kann ich nichts anderes machen. Das heisst, ich kann jetzt nicht da drauf gehen und ich kann jetzt da auch nicht durchgehen, solange er da am Laden ist. Aber auf jeden Fall, ich habe sehr viele Scheisslevel. Ich spiele da. Also da, Level ID, WJN 6H3 GQG. CQG meine ich natürlich. Tschüss und einen schönen.